München ist die Stadt mit den meisten Kommutern in der ganzen Deutschland. Sebastian, du bist einer dieser Kommutern. Welche Probleme hast du, wenn du kommutierst, um jeden Tag zu arbeiten? Ja, ich kam nur 20 Minuten zu kurz. Und ich denke, das ist das, was für viele Menschen in Deutschland passiert. Wenn ich zwei Stunden pro Tag kommute, ein Job und ein Haus, das bedeutet, dass ich 400 Stunden pro Jahr kommute. Das sind etwa 50 Arbeitszeitungen in der Trafikjamm. Was ist die Grund, dass die Leute außerhalb der Stadt leben und in der Stadt jeden Tag leben? Ja, ich meine, wenn man hier schaut, all diese Leute, die Sonne, die Stadt ist ein Ort, wo es viele Stress-Faktoren gibt. Und viele Leute einfach brauchen Natur, sie brauchen Raum für ihre mentalen Gesundheit. Die andere Sache ist, dass Familien einfach nicht mehr leben können, dass sie in den Stadt wie München leben können, weil die Renten so expensive sind. Fortunately, ich denke, die Digitalisierung und Innovation offerten viele Möglichkeiten, um neue Möglichkeiten zu finden, um die Mobilität zu behandeln. Die Frage ist, ob wir unsere Arbeitsplätze jeden Tag kommen müssen. Wir wollen in der Zukunft der Liederschafts-Initiatives-Projekt dieses Jahr was wirklich möglich ist, um die Mobilität zu verbessern. Serie? Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020